Achso, ja, du hast recht, ein neues Video. Könnte ich mal wieder machen. Müsste ich auch mal wieder machen. Hab erst neun. Aber mir fällt echt nicht ein, worüber ich ein Video machen sollte. Hi, ich bin Blockstar. Willkommen in der Noppenkötzenscheune. Heute bauen wir unseren eigenen Apple Store. Das Handscheiß-Head 6409-2 aus der Minispeed-Serie. Viel Spaß damit. Schön, dass du wieder reingeschaut hast. Heute bauen wir, wie im Intro gesagt, das Handscheiß-Head 6409-2. Unseren Apple Store. Das Set habe ich für 11,90 Euro bei Amazon erworben. Im Oktober allerdings schon. Beim Shop von Modbricks. Modbricks importiert hier Sets aus China. Habt ihr natürlich den Vorteil, dass ihr, wenn ihr Angst habt, keine Probleme mit Zoll und sowas habt und nicht lange warten müsst. Denn Amazon, wisst ihr, liefert sehr schnell. Die Sets gibt es allerdings auch bei AliExpress, in China, bei diversen Shops. Ich verlinke euch mal unten ein. Und nicht wundern, das Set kommt ja aus der Mini-Serie. Dort haben wir ja schon den Burger-Laden gebaut. 6409-2 und die Kaffeerösterei 6409-1. Es gibt noch mehr in dieser Mini-Serie, nämlich insgesamt sind es 6 Sets. Neben den Apple Store, der noch fehlt, den wir jetzt heute bauen werden, gibt es dort noch einen Dunkin' Donuts, einen 7-Eleven und einen KFC in dieser Morse-Strip-artigen Bauweise von Hanschei zu kaufen. Die letzten Erwähnten gibt es bei mir nicht. Es gibt andere, denn ihr wisst, dieses Set und auch die zwei, dort sind Teil eines kleinen Mockes. Hier haben wir schon mal die graue Grundplatte. Hier schon ein paar Teile von Bricklink. Und was dort noch auf das Mock hinzukommt, oder draufkommt, ist das LEGO Creator Set 40221. Kann ich euch nur empfehlen, bereichert jede Stadt, jedes Modular, wenn es passt, jeder Garten, jede Parkanlage. Denn dort sind eine Statue, ein Bank, Hund, Mülleimer und so weiter. Auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr was bauen sollt, hier könnt ihr euch die Idee rausnehmen. Gibt es bei eBay Kleinanzeigen, habe ich hier auch einen 10er für bezahlt. Gibt es so leider nicht mehr bei LEGO zu kaufen. Ja, und ich brauche diese Statue, den Springbrunnen. Aber das werdet ihr dann im letzten Teil dieser Playlist sehen. Einfach die Playlist folgen, immer mal wieder gucken. Unter jedem Video wird sie immer erweitert. Und dann, ja, schauen wir mal, lasst euch überraschen. Wenn ich das Set aufbauen soll, schreibt es einfach unten unter die Kommentare. Dann schauen wir mal. So, aber bleiben wir hier bei dem kleinen Set. 184 Teile hat es, wobei ich habe gesehen, es schwankt. Andere YouTuber haben höhere Zahlen. Ich zähle es natürlich nicht nach. Denn da ist mir der Aufwand zu groß. Ja, ist ja auch nicht ganz so wichtig. 11,90 Euro wie gesagt. Und hat Aufkleber. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich packe es aus. Ich habe es schon mal aufgerissen, weil es war zugetackert. Es kommt ja immer in Folien. Da es aus China kommt, ihr kennt das vielleicht, China Bricks, wenn man sie bestellt, kommen immer in eine Form unschönen Karton, grau und dann viel Plastik. Ich versuche mal irgendwann, ein Set aus China zu bekommen, mit einer richtigen Originalverpackung, dass ich es euch mal zeigen kann. Mit dem Original-China-Karton. Keinen deutschen, keinen umgepackten, keinen angepassten, sondern ich versuche mal wirklich, auch China mit einem Karton zu beziehen, irgendwas. Ich stelle euch da mal vor, können wir vergleichen. So, ich habe es aufgerissen, lasse die Tüte weg. Hier sehen wir schon die Aufkleber und ganz unverfroren sehen wir auch original hier, welche Firma gemeint ist. Herr Jobs, bitte nicht böse sein. Ja, Tüte 1, 2, 3, die packe ich weg und hier die Bauanleitung, wie ich euch die anderen gerade gezeigt habe. Immer sehr einfach, sehr verständlich. Was gebaut wird, ist farbig. Was nicht gebaut wird, ist entsättigt. Also so ähnlich, wie wir es kennen bei Kobi. Anleitung geht zur Seite. Hier haben wir die Plates und ich sehe schon einen Teiltrenner. Bei Handschai ist es immer so eine Hufeisenform. Kommen wir jetzt nochmal zum großen Kritikpunkt bei Handschai. Das sind die Minifiguren. Ihr seht es auch hier bei den Sets. Das sind leider Minifiguren dänischer Machart dabei. Das macht es beim Zoll natürlich etwas problematisch, wenn ihr es direkt bei AliExpress bestellt. Ich habe gedacht, bei Amazon, wenn ich über Amazon bestelle, bei Modbricks, werden keine dabei. Sind jetzt doch dabei. Also bitte, ja, don't judge me. Ich habe gedacht, ich bekomme keine. Jetzt sind welche dabei. Nicht weiter schlimm. Für mich jetzt natürlich. Aber rechtlich, ihr wisst, Grauzone. Und es ist eigentlich geistiger Diebstahl. Deswegen ein bisschen shame on you, Handschai. Auch wenn ihr diese Sets toll baut und sie lustig aussehen, ja, geistiger Diebstahl, irgendwie ist es ja schon. Aber das müssen andere an anderer Stelle klären. Ich will es hier nur bauen und euch vor allen Dingen gleich, wenn wir es aufbauen, ein paar Geschichten wieder zu Apple erzählen. Ein paar Geschichten, die ihr so vielleicht gar nicht kennt, denn ihr habt vielleicht alle diese Biografie gelesen. Ich muss euch jetzt nicht viel über Steve Jobs erzählen. Aber zum Unternehmen Apple gibt es noch ein, zwei Punkte und die erzähle ich euch diesmal beim Aufbauen. Nebenbei, also beim Speed Build gibt es keine Musik, sondern meine Stimme. Und jetzt packen wir nochmal schnell die Tüten auf. So, da seht ihr, ich bin wie immer ein kleiner Chaos-Bauer. Ich baue die Tüten alle so auf. Alles auf einen Haufen. Da seht ihr die Pracht und, ja, leider auch nicht gute Pracht. China Bricks, ihr seht es ja auch hier vielleicht, oder ich habe bei meinen Videos gesehen, die Transfrierteile immer zerkratzt. Das kriegen die Chinesen nicht immer so gut hin. Jetzt ist Hanschei auch jetzt nicht so die große Nummer. Ich habe auch nicht viel im Internet darüber gefunden. Ja, aber die Türen gehen gar nicht. Also gut, vielleicht ist es Absicht, damit keiner in den Laden reingucken kann. Aber ich denke mal, Schaufenster sind Schaufenster, weil das Wort Schau, also Reinschauen, schon drin steht. Gut, also ich baue das jetzt ein bisschen schneller auf und nebenbei hört ihr ein paar Fakten über Apple. Bis gleich. Bevor ich euch meine kuriosen Apple-Fakten vorstelle, möchte ich euch die Webseite www.apfeltalk.de von Martin und seinem Team vorstellen. Hier findet ihr professionell alles, was ihr über Apple-Produkte wissen müsst, mit unter anderem Live-Streams zu Keynotes. Martin kennt ihr vielleicht als Stein-Influencer auch hier auf YouTube. Seinen Kanal, auf dem er unter anderem im Stream Lego-Sets verbaut, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. So, kommen wir aber zu meinen rausgesuchten Apple-Fakten. Mein erster Apple-Fakt beschäftigt sich mit der Namensgebung des Unternehmens. Während fälschlicherweise angenommen wurde, dass Apple auf dem legendären Apfel beruht, der Sir Isaac Newton auf dem Kopf fiel, lässt sich der Name auf Steve Jobs Liebe zur Früchte zurückführen. Dieser war zu der Zeit der Gründung bekennender Fruitarier und auch im Silicon Valley gab es damals noch zahlreiche Obstplantagen. Und das heute leider nicht mehr so. Die Geschichte mit Newton hingegen beruht auf einem anderen Fakt, denn Ronald Reign ist für das erste Apple-Logo verantwortlich. Dieser, oder dieses zeigte Sir Isaac Newton unter dem Apfelbaum, kurz bevor ihm der legendäre Äpfel auf den Kopf fällt und ihm die Eingebung der Schwerkraft kommt. Da hielt sich auch lange die Behauptung, dass Apple eben daher seinen Namen hat. Ronald Reign sagt euch nichts? Ha, kein Wunder. Reign war neben Steve Jobs und Steve Wozniak einer der drei Apple-Gründer, verließ das Unternehmen aber schon nach elf Tagen, denn er kam mit den beiden Kiddies, den beiden Steves, nicht zurecht. Er verkaufte seine 10% Gründeranteile in Höhe von 2300 Dollar, die heute nach dem heutigen Börsenwert mehrere Milliarden Dollar wert wären. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Tja, so hat der Herr leider nicht nur seinen Geldschatz verringert und wäre heute ein reicher Mann, nein, er ist auch für das Chaos mit der Apple-Namensherkunft verantwortlich. Kurios geht es auch in die Nutzungsbestimmungen von iTunes zu. So verpflichtest du dich unter dem Punkt E, der Endnutzer-Lizensierungsvereinbarung für lizenzierte Anwendungen, keine Nuklearwaffen, Raketen, Chemie- und Biowaffen zu entwickeln, zu entwerfen, herzustellen oder zu produzieren. Ich hoffe, ihr da draußen haltet euch alle daran. Auch ein kurioser Fakt ist, dass alle iPhones die Uhrzeit 9.41 Uhr voreingestellt haben. Die Uhrzeit kommt daher, dass das erste iPhone um 9.41 Uhr in der Keynote präsentiert wurde. Daher haben alle iPhones als erste eingespeicherte Uhrzeit 9.41 Uhr. In den Medien gelten ja Apple und Samsung als die größten Konkurrenten im Smartphone, Tablet und Smartwatch-Bereich. Doch was kaum einer weiß ist, dass Samsung einer der wichtigsten Zulieferer für Apple ist und beispielsweise die Displays, Chips für iPhone und Co herstellt und in den Macs unter anderem sogar die SSDs, die ja heute High-End sind bzw. wo Samsung ja Standard ist. Das ist eigentlich auch genauso bei Apple der Fall. Übrigens ist Apple nicht nur die wertvollste Marke der Welt, sondern erreichte Anfang 2015 auch einen Meilenstein in der Börsengeschichte und überschritt als erstes Unternehmen überhaupt einen Börsenwert von über 700 Milliarden US-Dollar. Diese Schwelle, dieser Meilenstein, wird aber bald sicher hinten auch noch nach oben hin geknackt. Den iPod übrigens wollte früher keiner haben. Tony Fedel, der als die treibende Kraft in der Entstehungsgeschichte des iPods gilt, hat lange Zeit bei Philips gearbeitet in den Niederlanden bzw. bei den Unternehmen aus den Niederlanden und das wollte damals dort keiner haben. Er hatte sein Sony und auch noch Real Networks angeboten, doch die haben alle abgelehnt. Erst bei Apple stieß er auf offene Ohren und durfte sein Konzept gemeinsam mit John Rubenstein, so hieß der Herr, oder heißt der Herr, umsetzen. Der Rest ist Geschichte. Übrigens der Name iPod kommt von dem Film Odyssee 2001 im Weltall. In diesem fahren die Astronauten kurz um das halbierte Raumstift rum und möchten dann in die Hangar-Bucht hinein und dort sprechen sie den berühmten Satz zum Bordcomputer Hell, der durchgedreht ist Open the pod, bay doors hell. Also die Hintertür für den Pod öffnen. Der Texter, der auf den Namen iPod kam, hat dann einfach dort das Ei vorgemacht und schon war der Name iPod kreiert. Tja, also Science-Fiction-Film-Liebhaber können auch, aus dem kann auch was Großes werden, mit dem man sie, können die halt auch gut Namen beeinflussen. Der Brite John Ivey, der den iMac und den iPod und das iPhone sowie die Apple Watch erfunden, designt und ja, das Design geprägt hat, war übrigens auch bei der Gestaltung des Robots Eve im Film Wally und bei den Laserschwertern im siebten Star Wars Film verantwortlich. Ja, da streiten sich jetzt um die Geister, ob das so gut war. Ich liebe Star Wars, ich finde das Laserschwert von Kyle Wayne ganz cool. Ja, also von daher finde ich, John Ive, alles richtig gemacht. So, und jetzt bin ich schon wieder fast fertig. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Eigentlich hatte ich noch viel mehr Fakten für euch. Viel Spaß mit meinem Fazit. Da ist er fertig, unser Apple Store. Licht und Schatten. Handschei an sich mag ich. Die Sets hier immer sehr günstig. Das Modulare, zack, die Detailverliebtheit. Man kann immer erkennen, was gemeint ist, auch wenn es nicht offensichtlich ist. Gut, hier, es ist schon offensichtlich. Kommen wir gleich noch zu. Fahne geht ab. Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Hier geht die Fahne ab. Aber eigentlich, die Steine klemmen wie ein weibliches Schwein. Also wirklich, die Friktion ist viel zu hoch. Damit baut man für die Ewigkeit. Also liebe Chinesen, Respekt. Trotzdem lehnen die Steine wieder aus, als wenn sie schon aus der bespielten Kiste von euren Kindern kommen. Die Teils hier oben kriegt man nur mit Gewalt rein. Ja, gut, die Detailverliebtheit, das reißt es wieder raus. Wirklich sehr toll. Schaut euch nachher die Bilder an. Richtig klasse. Hier oben mit der Beleuchtung, mit der Genius Bar angedeutet, mit den iPhones, mit den Mäusen, mit den kleinen Geräten. Richtig toll. Baum vorne, jeder Ständer und der Hydrant. Ist übrigens sehr lustig. Bis jetzt ist bei jedem dieser Sette ein Hydrant dabei. Der eine sieht sogar aus wie Ronald McDonalds. Also die Feuerwehr wird später bei meinem Mock keine Probleme haben, Wasser zu bekommen. Ganz schlimm auch die Minifiguren, mal abgesehen davon, dass sie abgekupert sind. Aber dieses Mädel hier, ja, der habe ich die Beine gar nicht zusammengekriegt. Ja, lustig, aber wirklich, ich habe gedacht, ich breche die ab. Dafür ist der Oberkörper sehr locker. Und die Haare musste ich quasi, boah, kriegt man jetzt gar nicht mehr ab. Der Kopf hängt da jetzt auf Evie dran fest. Ist ja auch ganz gut. Und bei diesen feinen Herren hier in dem Anzug, der hat, habt ihr vielleicht gesehen und zeige ich euch gleich nochmal, hat rote Punkte unter seinen Lippen. Ich meine, er sieht ein bisschen aus wie ein Callum. Vielleicht ist es ein Vampir. Wer weiß das schon? Ja, sorry für das M. Ich bin etwas geschockt, weil ich war eigentlich von Handshai sehr positiv überrascht. Kleines Geld, kleines Set, viel Spaß. Aber, na, dieses Set gefällt mir von der, optisch ja, aber die Klemmkraft, die Spaltenmaße, also wenn eine Ritterburg bauen wollte, brauchte keine Modified Bricks. Das nimmt er einfach die Handshai-Steine, die sonst sehr gut sind, aber wie gesagt, aussehen wie schon mal bespielt und klemmen wie Sau. Also da ist selbst Kobi ein Amateurverein gegen. Schöne ist, dass wieder ein paar Steine übergeblieben sind. Der Teiltrainer, der gut, heute nicht funktioniert hat. Aufkleber sind ein bisschen, ja, die Auflösung ist nicht gut. Und die Anleitung ist diesmal auch nicht so gut. Ihr habt es gesehen, ich musste ein paar Mal die was auseinanderreißen, weil sie quasi mit irgendwelchen Kassen anfangen und dann erst Mauern bauen und die dann erst auf die Plates kommen. Also das gefällt mir gar nicht. Würde ich es euch empfehlen, das Set zu kaufen. Es ist kleines Geld. Wenn ihr den Apple Store in eurer Stadt haben wollt, gibt es sicherlich noch andere. Ich glaube, es gibt von Sembo noch welche. Wenn ihr den kleinen braucht, kauft ihr das Geld. Ja, ist nicht viel. Ich brauche es für mein kleiner Smog. Von daher passt es. Die Trans-Clear-Teile sind absolute Grütze. Es tut so weh. Alles milchig. Alles nicht so clear, wie Trans-Clear es so heißt. Und dann noch fällt mir eine Sache ein, dass die Steine Gusspunkte haben. Das ist ja bekannt. Steht kein Lego drauf, wie man das bei Lego-Steinen kennt oder bei Kobi oder so weiter. Aber die Gusspunkte sind auch hier abgebildet in der Anleitung. Und wenn man nicht darauf achtet, denkt man jedes Mal, es ist ein Brick-Modified hier mit einem Aufsatz. Aber nein, es ist ganz normal der Einser, der einfach nur genauso abgebildet ist, wie er ist. Das ist vielleicht irgendwie ganz cool. Also, dass sie wissen, okay, da ist ein Druckpunkt drauf, ein Gusspunkt oder Spritzpunkt drauf. Bilden wir es auch so ab. Aber bei den Plates und bei allen anderen Teilen machen sie es ja nicht. Und da bin ich ein bisschen ins Straucheln gekommen, weil ich immer die Steine gesucht habe, die obendrauf eine Aufnahme haben. Hätte ja sein können, ich kenne ja nicht alle Sonderteile, die ein Chinese hat. Lernen wir kennen. Also, mir macht es immer wieder Spaß, solche Sets zu bauen. Auch mal schön, wenn man sagen kann, ah, das ist nicht optimal gelaufen. Für den Preis ist es okay, optisch sieht es gut aus, es passt in mein Set rein. Aber Spaß gemacht zu bauen hat es nicht. Finger tun weh und ich bin froh, dass das nächste Gebäude hier in meinem Mock ein originales von Lego ist. Ja, dann kann ich wiederum nur sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt, dass ihr euch das angetan habt, denn im Speed-Build oder beziehungsweise in meinem Infoszene beim Zusammenbauen reiht sich ja zweimal Wende ein. Schön, dass ihr euch das angetan habt. Mein Fazit, lasst die Finger von, wenn ihr es für Kinder kauft, wenn ihr es für einen Mock braucht, wenn ihr es für City braucht, kauft es euch, ihr habt einen kleinen Apple-Store, aber auch da vielleicht überlegen, nehme ich nicht vielleicht lieber den von Sembo. Wobei ich da sagen muss, ich habe noch kein Sembo-Set gebaut, ich habe welche bestellt, da warte ich jetzt drauf, die kommen die Tage, dann kann ich es euch genau sagen. Also, Fazit, mit Apple Qualität hat das hier nichts zu tun, das kann ich sagen. Spaß gemacht, dieses Video zu euch zu machen, hat es aber trotzdem. Ja, dann packe ich jetzt die Steine, die übergeblieben sind, die reichlichen Packs sehen, meine China-Grabbelkiste. Ich kann nur hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat, mein Video. Bleibt mir treu, auf Wiederbauen. Hier in der Notenklötz und Scheune, euer Blockstar. Bis zum nächsten Mal. Hey, kriegst du nicht genug vor Klemmbaustein, oder? Geht mir genauso. Schau mal unten in die Videobeschreibung meiner Videos. Dort findest du tolle Facebook-Gruppen, zwei Klasse-Discord-Server, den der Geier und der von den Klemmbausteinkastens, sowie ein richtig tolles Forum, in dem es nur um Klemmbausteine, dänisch oder alternativ geht. Also, schau da mal rein, dort findest du nur tolle Menschen, die dich fachlich weiterbringen, wenn du ein paar Fragen hast und mit denen du einfach nur toll über unser schönes Hobby austauschen kannst. Und wenn du jetzt immer noch nicht genug vom Blockstar kriegen kannst, dann schaust du links oder rechts. Dort gibt es noch einige tolle Videos, Panzer oder hier die Serie weiter. Oder noch besser, wenn du es noch nicht getan hast, abonnierst du mich hier in der Mitte. Dann kann ich dir nur wünschen, wie immer, auf Wiederbauen, deinem Blockstar. Dann kann ich dir ja wieder auf jetzt aber nicht helfen. Vielen Dank.